Beyser? 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 Ach, Beyser ist das. Hallo! Was war das? Guten Tag, liebe Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Liebe Freunde, ihr habt etwas auf der Linse. Ich weiß nicht, was das ist. Auch schlau, dass ich das mit einem Haargummi abmache, weil ich nichts anderes habe, womit ich das sauber machen kann. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Mir geht es sehr gut und ich wünsche mir, dass es euch auch sehr gut geht. Denn heute haben wir wieder etwas richtig krass Tolles vor. Und zwar werden wir weitere Influencer-Food-Produkte testen. Es gibt nämlich noch weitaus weitere... War das richtig? Influencer-Produkte. Und es sind in der letzten Zeit auch wieder neue rausgekommen und sowas. Und da werden wir jetzt einiges mal testen. Ich weiß, dass einige von den Sachen, die ich in diesem Video zeige, auch wieder schon von anderen Leuten getestet wurden. Haben mir letztes Mal auch super viele in die Kommentare geschrieben, dass irgendjemand das auch schon mal gemacht hat. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm, weil es geht ja hier um meine Meinung und meine Zunge und meinen Geschmack. Keine Ahnung, was ich gerade rede. Aber ich will nur sagen, das ist ja gar nicht schlimm. Jeder Geschmack ist anders. Wir werden das mal heute testen und gucken, was ich dazu so sage und was ich euch empfehlen kann. Und wo ich euch sage, lasst mal lieber die Finger davon. Hoffentlich werde ich das nirgendwo sagen müssen. Das wäre schrecklich. Aber wir fangen jetzt mal direkt mit dem Video an. Und zwar direkt mit etwas, was mir letztes Mal so unglaublich oft in die Kommentare geschrieben wurde. Und ich habe es tatsächlich letztes Mal sogar getestet. Aber die Sequenz war komplett überbelichtet und deswegen habe ich sie einfach rausgelassen. Und zwar geht es um Le Beautiful Capital Brate. Ich habe letztes Mal die Zitronensorte getestet, weil alles andere ausverkauft war. Also diese drei Sorten, die gab es einfach nirgendwo. Ich habe nur einmal diese Zitronensorte gefunden. Und dann habe ich es aber nicht reingeschnitten, weil es irgendwie mega überbelichtet war und eh nur eine Sorte. Und dann dachte ich so, ganz ehrlich, voll wack, jetzt testen wir es richtig. Beziehungsweise wir schauen erstmal in sehr überbelichtet, was ich denn zu der Sorte Zitrone des Capital Bra STs gesagt habe. Der erste schmeckt gut. Und jetzt machen wir weiter in normaler Belichtung. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt richtig erkennen und sehen. Ich kann mich gar nicht richtig entscheiden. Aber Pfirsich ist so die normalste Sorte. Deswegen, glaube ich, teste ich jetzt mal Granatapfel. Ich finde tatsächlich auch, dass diese Verpackung wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen ist. Das hat der Kappi oder wer auch immer das für ihn gemacht hat, sehr, sehr gut gemacht. Granatapfel-Eistee, gibt es das überhaupt? Macht man das nicht so mit Wein? Ich hätte erst riechen sollen, ne? Schmeckt richtig lecker. 4,5 von 5 Sternen. Weil ich davor am meisten Angst habe, testen wir jetzt das, dass ich hoffentlich danach noch was Positives habe. Weil ich finde diesen Wassermelonen-Geschmack, der Fake schmeckt, total eklig. Das ist auch bei Erdbeergeschmack so. Kennt ihr das? Diese artificial, künstliche Erdbeergeschmack. Oh. Okay, es riecht schon sehr so. Es riecht mehr künstlich, als es schmeckt. Im Nachgeschmack schmeckt es dann wieder sehr künstlich. Aber ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Aber dadurch, dass ich eigentlich 40 EST am liebsten mag, hoffe ich, dass der jetzt hier auch richtig, richtig nice ist. Doch. Ich habe die anderen gerade gar nicht bewertet, fällt mir auf. Ich würde dem hier 2 Sterne von 5 geben. Ich habe dem hier 4,5 gegeben, dann würde ich dem 4 geben. Obwohl der eigentlich eine 5 war. Aber Leute, da ich es auf Dauer in diesem Raum hier gerade ein bisschen langweilig finde, würde ich sagen, wir gehen mal woanders hin. Tada! Wir sind an einem dezent etwas anderen Ort angekommen, als da, wo ich gerade war. Und es fängt an zu regnen. Mega! Deswegen fange ich jetzt einfach mal direkt an und wir wundern uns überhaupt gar nicht über diese wunderschöne Umgebung. Ich will bitte an, wie cool das aussieht. Ich bin sehr lange und sehr hoch gestiegen. Extra für diesen View. Nur für euch. Okay, es war sehr anstrengend. Ich habe etwas Schokolade mitgebracht. Und zwar die Jokolade. Das ist die neue Schokolade von, man kann es sich wahrscheinlich denken, Joko Winterscheid. Er hat vier verschiedene Schokoladensorten rausgebracht. Und, was ich ziemlich cool daran finde, bei meinem Paket war ein Zettel bei. Und da steht, dass alles ohne moderne Sklaverei, illegale Kinderarbeit oder sonstige katastrophale Umstände entsteht. Wir testen jetzt erstmal diese vier Schokoladentafeln, die alle tatsächlich sehr besonders sind. Wir fangen einfach mal an mit. Das ist weiße Schokolade mit karamellisierten Haselnüssen, Toffee, nee, Coffee Biscuits und Beyser, 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 Beyser. Ach, Beyser ist das. Also ziemlich besonders. Er hat crazy, der hat sich echt sehr, sehr viel dabei gedacht. Wesentlich mehr, als ich gedacht hätte. Jetzt testen wir aber mal das Innere. Das Innere. Wow, oha, was ist das denn für eine Schokolade? Ist ja richtig cool. Ist aber sehr süß. Aber ich glaube, das hat Schokolade halt zur Ansicht. Die ist auf jeden Fall schon mal lecker. Schokolade Nummer zwei. Wir haben Milchschokolade mit Banane, Karamell und Biscuits. Meine Tafel ist durch die Reise etwas kaputt gegangen, aber ich kann euch mal versuchen, das im Ganzen zu zeigen. Tada, so sieht die ganze Tafel aus. Also Banane schmecke ich nicht so doll, aber ich schmecke Karamell. Und irgendwie die Kombi Schokolade und Karamell finde ich manchmal komisch. Gerade auch. Schokolade Nummer drei. Die sind sogar benummert, beschriftet, benummeriert. So, das sagt man. Das hier ist Milchschokolade mit Coffee Biscuits und Toffee. Und das hört sich richtig cool an. Ist das irgendwie überbelichtet? Bin ich zu hell? Das ist bis jetzt meine Liebste. Die ist geil. Kommen wir zur Nummer vier. Kirche, sei leise. Danke. Das ist die dunkle Schokolade mit Birne, Brownie und karamellisierten Mandeln. Und auf die, wenn da so richtige Brownie-Stücke drin wären, das wäre so mega geil. Ich schmecke ein bisschen nach Alkohol irgendwie. Oh, da war ein Brownie-Stück. Also die Birne ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ansonsten, ich würde insgesamt auf jeden Fall vier von fünf Sternen geben. Ich war jetzt schon in zwei Reves, um etwas zu finden. Und das hier ist jetzt der dritte. Und wenn es das da nicht gibt, dann bin ich richtig sauer. Gab's nicht. Jetzt fahre ich zum vierten Rewe. Dimm, dimm. Hier auch nicht. Wisst ihr, was das Allerallerbitterste ist? Ich habe es jetzt tatsächlich gefunden, was ich gesucht habe. Und zwar Lemon Pie Eis von Pietro Lombardi. Und guck mal, ich darf da einfach nicht dran. Das Eisverkehr ist nämlich defekt. Und deswegen darf man da einfach nicht dran. Rewe Nummer fünf. Can you believe it, Leute? Endlich. We are back in the car. Und es hat endlich geklappt. Das ist ein Desaster des Jahrhunderts, wirklich. Lemon Pie. Redizone Lombardi. Lecker Eis mit Keksteig. Hä? Oha. Ich dachte, das wäre einfach... Ich dachte aber einfach... Stimmt, Pie. Ich dachte irgendwie, das wäre jetzt einfach nur Zitroneneis, ehrlich gesagt. Hä? Oha, das ist ja voll krass. Käse, Kuchen, Eis mit Keksteigstückchen mit Zitronensoße. You never schmeck alone. Ach so. Vom Weltmeister in Polen. Das ist das Brodolskis Marke, die mit Lombardi im Dings gemacht hat. Sogar doppelten Influencer hast du da. Ach stimmt. Ich weiß nicht, ob Brodolski so ein Influencer ist, aber so an sich ja stimmt. Die hat auf jeden Fall schaut aus. Wir haben hier einen Löffel mit Zitronensoße, Käse und Keksteig. Mann. I test that now. Wordens, die Perspektive ist mega. It's so good. It's so good. Oh mein Gott. Ich mag sowas eigentlich gar nicht, aber das ist ziemlich locker. War zwar eine Qual, dieses Eis zu finden, aber manchmal wirklich locker. Ich habe echt Angst, dass wir das jetzt aufessen. Guten Morgen, Leute. Ich bin gerade in meinem Trailer beim Frühling-Dreh. Also das ist halt der F-Film-Reihe, in der ich mitspiele. Ich wollte eigentlich jetzt gerade den Chamberlain Coffee testen, weil es sehr früh morgens ist und ich den definitiv gerade gebrauchen könnte. Da ist mir aufgefallen, ich brauche ja kochendes Wasser dafür. Und das habe ich nicht. Deswegen werde ich das wohl vertagen müssen. Alright, Leute. Es ist soweit. Wieder mit dem Handy. I'm sorry, aber es ist sehr früh morgens und ich höre mich gerade an wie ein Kerl. Ich habe sogar den passenden Chamberlain Coffee mag. Und wenn wir den Kaffee transportieren würden, hätte ich auch noch einen Beutel. Habe eventuell auch noch zwei große Packungen bestellt. Aber wir testen jetzt erstmal dieses Probierpaket hier. Beziehungsweise das war ja, glaube ich, das erste Kaffee-Ding, was sie rausgebracht hat. Und den hier tut man jetzt einfach in seine Tasse rein. Am besten ohne das Teil. Dann kommt da Wasser hinzu. Und das haben wir jetzt für 15 bis 30 Sekunden tunken. Und jetzt fünf Minuten stehen lassen. Fünf Minuten sind vorbei. Ähm, das Problem ist, ich hasse halt Kaffee ohne alles. Deswegen... Schmeckt gut. Hallo Leute, euer Bademeister Julia ist am Start. Es ist sehr warm und ich kann euch fast nicht erkennen, weil die Sonne sehr doll scheint. Es ist die beste Zeit, dementsprechend, um ein Eis zu essen. Und zwar nicht irgendein Eis, sondern ein Mochi-Eis. Und zwar ein Mochi-Eis in der Novalana Love Edition. War das nicht ein tolles Intro von dieser Sequenz? Ich bin einfach begeistert. Das war ähnlich wie bei dem Pietro-Eis. Gab die einfach nirgendwo. Und im Endeffekt mussten wir, du, quasi eigentlich zweieinhalb Stunden gefühlt fahren. Eigentlich hat er sie bei sich zu Hause gefunden, aber es hat lange gedauert, diese Teile hier zu finden. Und endlich haben wir sie. Ich liebe Mochi-Eis. Und deswegen freue ich mich darüber sehr. Das ist nämlich Cheesecake Salted Caramel. Wir sollten jetzt, glaube ich, auch mal schnell anfangen, die zu probieren. Es ist wirklich sehr heiß. Und die liegen hier schon ein paar Minuten. So sehen die guten Teile aus. Oh mein Gott. So lecker. Oh, es schmeckt richtig gut. Man freut mich wie so ein Opfer. Vielleicht bin ich auch nur froh, weil ich was Kaltes in meinem Körper habe. Falls es in eurer Nähe das nicht gibt, fahrt einfach durch ganz Deutschland. Es lohnt sich. Wirklich. Ich bin von 5 Sternen. Und ich gehe jetzt ins Wasser. Mir ist es nicht heiß. Tschüss. Ich habe meinen Nagel gerade voll angedätscht. Schauen wir das erkennen. Aber guckt mal, das ist ein Nagel-Design. Ich hatte gestern Abend sehr viel Langeweile und deswegen habe ich mir die Nägel lackiert, okay? Ich finde, ich bin sehr professionell gewesen. Aber deswegen sind wir nicht hier. Sondern ich bin wieder zu Hause und wir werden jetzt Cookies backen. Und zwar... Mach mal kurz ihr Licht an. Ist das jetzt besser? Auf jeden Fall hat die Liebe Shanty Tan, warum schlage ich eigentlich immer auf die Sache? Zusammen mit Snacklust eine Backmischung für Double Chocolate Chip Cookies rausgebracht. Die sind sogar vegan. Was ich mega nice finde. Und ich meine, wer liebt keine Double Chocolate Chip Cookies? Kann ich euch nicht beantworten. Wehe, ihr könnt mir das beantworten. Weil das heißt dann, ihr mögt sie nicht und dann seid ihr irgendwie komisch. Wir brauchen hierfür 90 Gramm Olivenöl und 5 Esslöffel Hafermilch oder irgendeine andere vegane Milch. Ich habe keine Hafermilch, aber ich habe irgendeine andere vegane Milch. Guck mal, das sieht voll aus, als wäre das hier mit Hand draufgeschrieben. Jedenfalls backen wir jetzt Cookies. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich habe zum Geburtstag eine KitchenAid-Maschine bekommen. Das ist mein neuer bester Freund. Guckt, wie wunderschön sie aussieht. Ich wollte schon immer eine KitchenAid haben. Und jetzt mit 22 habe ich diesen Traum endlich erfüllt bekommen. Und damit werden wir jetzt die Cookies backen. Und das ist so aufregend. Ich will literally einfach nur noch backen wegen dieser Küchenmaschine. Ich will gar keine Kekse oder ich will gar keinen Kuchen. Ich will einfach nur diese Maschine benutzen. Und besonders pretty ist hier mein Küchenpapier daneben. Mega. Können wir bitte mal auf die Größe dieser Chocolate Chip Chunks aufmerksam machen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und 90 Milliliter Öl. It's going down for real. Ist das cringe? Ist das cringe? Bin ich cringe? Bye Cookies! Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Die Kekse sind aus dem Ofen raus. Ich bin echt super gespannt jetzt. Also ich habe früher wirklich jedes einzelne Food Diary von ihr gesuchtet. Mhm. Die sind außen so ein bisschen knusprig und innen aber voll weich. Sie schmecken ein bisschen gesünder. Also man schmeckt, dass es jetzt keine Subway Cookies sein sollen. Daumen nach oben für die Cookies. Kommen wir zum nächsten Produkt. Und dieses Produkt hat ebenfalls etwas mit Keksen zu tun. Allerdings werden wir diese Kekse hier nicht backen, sondern wir werden sie einfach so essen. Das ist nämlich Keksteig zum Löffeln in der Special Edition von Victoria Sarina. Magic Rainbow Mix. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Man soll dieses Zeug halt wirklich... Dieses Zeug, das klingt so abwertend. Sorry. 50 Gramm Margarine und 30 Milliliter Wasser hinzufügen. Da ist echt viel drin. Es riecht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr süß. Margarine da drin. Okay, mega. Ich bin voll am Kleckern. Es ist schon eine gute rosa Masse. Es ist bestimmt gar nicht mit Farbstoffen. Und sehr gesund ist es bestimmt. Hauptsache wir gehen so von den gesunden Rohrohrzucker-Kokosblüten-Keksen zu diesem Gemisch hier. Das riecht so nach Kaugummi, Leute. Sauerer Zucker-Dekor ist das. Okay. Kekseig. Ja. Ich finde es nicht schlimm, schlimm, schlimm. Warum flimmert das da eigentlich so? Flimmert das bei euch auch so? Das ist nur bei mir... Flimmert das immer noch so doll? Keine Ahnung. Wir müssen jetzt damit klarkommen. Ich mag diese sauren Zucker-Dekor-Dinger. Aber ich finde auch, dass es sehr stark nach Mehl schmeckt. Also, ich weiß nicht. Ich stehe generell nicht so mega krass auf roten Keksteig. Aber ich habe wesentlich bessere rote Keksteige schon gegessen, muss ich sagen. Ich würde am liebsten nur diese sauren Zucker-Dinger essen. Die sind geil da drin. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem sehr gerne einen dicken Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und wir packen mal die Margarine hier weg. Die stört uns ein bisschen. Falls ihr noch andere Influencer-Produkte kennt, die so auf den Markt gekommen sind oder die es gibt, die ich noch nicht getestet habe, aber unbedingt testen sollte. Vielleicht auch mal nicht unbedingt Food-Produkte, sondern einfach irgendwelche Produkte. Gibt es irgendwie sowas Cooles? So Gadgets oder so, die irgendwelche Influencer rausgebracht haben? Falls ihr irgendwas wisst, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich würde sehr, sehr gerne einfach weiter testen. Ich habe gar keine Sterne gegeben. Zweieinhalb von fünf. Hier könnt ihr jetzt noch bei meinen letzten beiden Videos vorbeischauen. Und da könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Darüber würde ich mich dann natürlich auch sehr freuen. Ich lade übrigens auch wieder Vlogs auf meinem Vlog-Kanal hoch. Da könnt ihr jetzt hier gerne abonnieren. Dann höre ich jetzt auf zu quatschen, weil ich habe eh nichts mehr zu sagen. Tschüss, Leute. Bis demnächst. Zuckerschock!